Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Little Witch in the Woods. So, ich habe ein bisschen die Tränke fertig gemacht. Habe hier 700 Gold bei Aurea verdienen können. Aber ich bin den Kisten immer noch weit entfernt. Und wir gucken mal, ob wir hier oben weitermachen können. Ja, ich habe jetzt also 1880 Gold und 369 Hexenthaler. Das reicht also auch immer noch nicht. Weil ich muss irgendwie den blauen Pilz noch reparieren. In dem blauen Pilz ist nämlich auch nochmal so ein Ding drin. Und was ich hier eben bei dem roten Pilz hatte, ne? Aber da muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt reinkomme. Da. Ich komme da ja nicht rein. Ich höre hier wieder den... Miam, 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 miam. Macht er da nochmal auf? Ich höre ihn da unten, aber ich komme da nicht hin, ne? Aber warte mal, die Barriere ist weg. Hat sich der Rauch ein wenig gelichtet? Ich kann die andere Seite vage erkennen. Das Gerät im Pilz muss funktioniert haben. Aber der Rauch hat sich nicht verzogen. Hm, es muss noch mehr Geräte geben. Lass uns nach ähnlichen Geräten suchen. Ja, das ist hier in dem... Ja. Das ist hier in dem zweiten Pilz. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Ja, das hat mir jetzt aber noch nicht geholfen. Ich muss wissen, wie ich da hinkomme. Was ist denn da oben? Da kann ich ja auch noch nicht reparieren, ne? Ja, ja, ich bin ja im Moment gar nicht an dir interessiert. Ich will da oben hin. Da kann ich auch noch nicht reparieren. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme das mal mit. Und hier sind ja auch noch die... Diese Sperren da. Hier oben geht's nämlich auch weiter. Das macht mich fertig. Wie soll ich denn da reinkommen? Da oben ist jetzt frei. Glaube ich. Warte mal. Da müsste ich über den Pilz hinkommen. Warte mal. Warte, warte. Denke, denke. So. Da, da ist doch ne Tür. Ach so. Da, da ist doch nicht. Da, da ist doch nicht. So, das haben wir jetzt gemacht, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich muss in den blauen Pilz, ich weiß nur nicht, wie. Ich komme da ja nicht runter. Und ich höre das. Ne, da wollte ich nicht hin. Das macht mich irre, ne? Dass ich nicht weiß, was ich machen muss. Das sind beide Türen zu. In die untere Tür komme ich nicht. Ich kann auch die Leiter nicht reparieren. Ich weiß aber, dass das im blauen Pilz ist. Ich höre ihn auch hier. Mio, miau, 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 miau. Ich werde wahnsinnig. Hier war doch noch irgendwo so ein Ding. Das kann ich nicht benutzen. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt hier wie falsch Geld rumrenne. Ich weiß aber nicht, was ich machen muss. Erkunde den Ort, nachdem du den Rettenspun verlassen hast und guck, ob du an andere Orte kommst. Ja. Ich habe ja jetzt hier alles repariert. Hier sind aber auch noch die Barrieren. Da komme ich nicht hin. Da werde ich auch noch nicht hinkommen. Ne. Und da kann ich auch nicht reparieren. Sollen wir das nochmal gucken? Ich muss ja irgendwo noch nicht gewesen sein. Hier kann ich auch nichts machen mit. Ich weiß auch immer noch nicht, ob die Schilder hier irgendwas zu sagen haben. Wo war denn dieses andere Ding nochmal? Dieses, ähm, was ich aktivieren konnte. War das da unten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da war doch noch irgendwo ein Ding, was ich aktivieren konnte. Komm, wir gehen hier nochmal hin. So, aber hier ist auch noch alles. Gesperrt. Was machen die denn da? Hier ist noch eins. Nee, aber das hat nichts gebracht. Und was ich mit diesen Dingern hier machen kann, weiß ich auch noch nicht. Kann ich da irgendwas dran machen? Nee, ich kann sie vergrößern. Nee, ich kann sie vergrößern. Halt so rum. Und was habe ich jetzt davon? Licht oder mehr nicht oder was? Ich habe keine Ahnung, was das soll. So, ich gehe jetzt hier nochmal lang. Hier bin ich ja in den Pilz gekommen. Hier ist auch eine Barriere. Hier ist die 3. Hier geht auch nichts mehr. Hier geht auch nichts mehr. Wie gesagt, da unten müssen noch irgendwelche Wasser-Dinger sein. Gut, dann gucke ich erstmal nach diesen Wassertierchen. Und dann muss ich echt nochmal gucken, wie ich in den blauen Pilz komme. Das macht mich irre. Oder sind die auch nur im blauen Pilz? Ja, ist ja gut. Mehr ist hier auch nicht, ne? Also ich bin gerade ein bisschen ratlos. Hier kann man ja auch nichts mehr machen. So. So. Der ist hier immer noch am rumfliegen. Weil er sagt, guck, ob du an neue Orte kommst. Aber ich komme ja nicht an neue Orte. Das ist ja das Problem. Das ist ja noch genauso wie vorher mit dem blauen Pilz und dem anderen. Ja, habe ich gemacht. Hm. 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 Also ich gehe jetzt erstmal so ins Bettchen und dann werde ich nochmal gucken, weil der Ausbau im Keller ist auch noch nichts geworden. Dann werde ich nochmal Sachen sammeln. Hier komme ich auch nicht hin. Nee. Für den Ausbau im Keller. Achso, ich habe hier übrigens so ein paar Sachen hingestellt, ne? Wollte ich nur mal sagen. Hm. So, dann gucken wir nochmal in den Keller. Das ist immer noch nicht ausgebaut. Ja, komisch. Also so viele Tage kann ich ja noch nicht so. Dann machen wir mal folgendes. Ich werde jetzt erstmal nochmal gucken. Na, werdet ihr neugierig? Na, komm. So, jetzt hauen sie ab. Hiervon habe ich mittlerweile auch schon zwei Besonderungen gefunden. So, dann. Ich brauche Zweige. Und dann. Hm. Dann noch mal ein kleiner. Dann habe ich ja hier, ja, dann brauche ich nur noch, ja, da bin ich hier schon auf Dings. Die werde ich bald schaffen, die Challenge. So, hier. Von diesen besonderen Zweigen brauche ich ja auch noch mal was. Denke, denke, denke. Da oben, da ist eine besondere Hexenblume. Sieht ihr, da sind so drei gelbe Punkte drin. Und das sind die besonderen... Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich die vorher schon mal gesehen habe. Okay. 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 Dann machen wir heute mal solche Sachen. Na komm. Dankeschön. Dann sammle ich sowas mal nebenbei. Hier ist noch ein Stein. Hier ist noch was. Danke. Steine, Steine, Steine. Steine brauche ich noch. Da habe ich genug. Da oben ist noch Stein. Da oben ist noch Stein. Steine. Steine. Steine habe ich auch genug. Jetzt brauche ich wieder Schlamm. So, jetzt würde ich aber noch mal was essen wollen. Essen. Jawoll. Äh, Schlamm habe ich gesagt. Das heißt, ich muss nach da ganz unten. Und dann gucken wir mal, ob das nochmal geht mit dem Ausbau. Weil das ist auch eine Sache, die mir völlig unklar war. Ja. Vielleicht habe ich doch irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Neun. Neun, neun, neun. Ich könnte hier aber auch mal Dings mitnehmen. Da. Sammle Wasserfall, weil da muss ich nämlich auch noch welche sammeln. Na, hier bitte. So. Okay, das brauche ich auch. Da habe ich jetzt nur die goldenen. hier. So. Schlamm habe ich immer noch nicht genug. Schlamm habe ich immer noch nicht genug. Also, selbst wenn man nur eine pflückt, äh, also, und da kommen dann zwei raus, selbst dann ist es nur, wird es nur einmal gezählt, ne? Na. Aber jetzt müsste ich dann genug haben. Jawoll. So, jetzt gehen wir hier mal, achso, hier wollte ich auch noch mal gucken. 33. Ja. So, das mache ich jetzt noch mit euch. Ah, ja. Das will ich eigentlich nicht benutzen. Dann nehmen wir das. Verwenden. Okay, danke. Weil dann brauche ich ja noch den Rest. So, dann lass mal gucken. So, wenn ich jetzt sage, Erweiterung der Werkstatt. Und ich sage jetzt unten. So, und ich sage jetzt liefern. Auslieferung abgeschlossen. Diane. Es schreibt sofort ausbauen. Der Federkiel scheint gute Laune zu haben. So, jetzt gucken wir mal rein hier. Hier ist nichts ausgebaut, oder? Doch, ist es. Das ist ein bisschen größer geworden. Doch, es ist nach rechts und nach unten größer geworden. Aber nicht viel. Seht ihr das? Weil das stand ja ganz am Rand. Na, das ist ja mega. Okay, dann sammle ich noch mal so viel, um dann nach links aus... Na, okay. Das ist natürlich... Okay. Verstanden. So, ihr Lieben. Ich gehe dann... Ne, schlafen gehe ich noch nicht. Aber ich speichere. Und dann gucke ich mal, wie das mit dem blauen Pilz ist. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschau, tschau. Tschau. Tschau... Tschau.